Selbstständig, erfolgreich werden und bleiben. Business ist wahr und dennoch behauptet sich Carsten Borgmeier seit 20 Jahren eindrucksvoll als Unternehmer. Mit seinem autobiografischen Ratgeber selbstständig, erfolgreich werden und bleiben, gibt er nun seine Erfahrungen weiter. Prächnant benennt er wesentliche Bedingungen, um das Abenteuer eigenes Unternehmen zu bestehen, dabei Spaß zu haben und Mensch zu bleiben. Dabei durchleuchtet er unternehmerische Wesenzüge und führt in Ideenfindungen, Finanzierungswege sowie in Gesellschaftsformen ein. Er gibt Ratschläge für Mitarbeiterauswahl. Einkauf, Vertrieb und Marketing gefolgt von rechtlichen Tipps und Tricks. Wirtschaftliche wie persönliche Entwicklungen berücksichtigend thematisiert Borgmeier durch den Umgang mit dem Erfolg Ehepartnern sowie gesellschaftlicher Verantwortung und zeigt nach Chancen und Risiken von weiteren Investitionen auch Techniken des Zeitmanagements auf. Abschließend blickt er mit Fragen der Nachfolgeregelung in einer perspektiveren Zukunft. Im letzten Kapitel Pleite machen, beschäftigt er sich mit ihrem Gegenteil. Abwechslungsreich geschrieben, veranschaulich, persönliche Anekdoten und witzige Karikaturen, grundlegende Managementweisheiten, zusätzliche Hervorregungen sowie Werksätze führen anschaulich durch die Kapitel.